Grüezi miteinander und hoi zusammen. Ich bin Kathrin Erni von swissgermanonline.com. In der Schule. Die Schule. Die Schule. Das Buch. Das Buch. Das Heft. Das Heft. Der Kucki. Der Kuckuschreiber. Der Kucki. Der Kuckuschreiber. Das Bleistift. Das Bleistift. Die Farbstifte. Die Farbstifte. Die Farbstifle. Die Farbstifze. Das Bleistift. Sedui. Die Farbstifle. Die Farbstifle. Die Farbstifle. Die Farbstifle. Spoot Spoot Der Rucksack Der Rucksack Toßaufgabe Toßaufgabe Twanttafelle Twanttafelle Klassenzimmer Klassenzimmer Zschüler Zschüler Die Farbstifte Zschüler 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 Alle müssen in die Schule gehen Alle müssen in die Schule gehen Schlaß das Buch auf der Seite 15 auf Schlaß das Buch auf der Seite 15 auf Ich brauche ein neues Heft für die Mathe Ich brauche ein neues Heft für die Mathe Ich habe meine beste Kugel verloren Ich habe meine beste Kugel verloren Mein Bleistift ist kaputt Mein Bleistift ist kaputt Mein Bleistift ist kaputt Meine Farbstifte haben viele Farben Mein Englischlehrer ist sehr nett Mein Englischlehrer ist sehr nett Mein Putt ist sehr alt Mein Putt ist sehr alt Meine Mutter hat mir einen neuen Rucksack gekauft Meine Mutter hat mir einen neuen Rucksack gekauft Heute habe ich keine Hausaufgaben Heute habe ich keine Hausaufgaben Schreiben Sie bitte den Satz von der Wandtafelle ab Schreiben Sie bitte den Satz von der Wandtafelle ab Unser Klassenzimmer ist am Ende vom Gang Unser Klassenzimmer ist am Ende vom Gang Die Deutschlektion von heute ist gestrichen worden Die Deutschlektion von heute ist gestrichen worden Meine Mutter hat mir einen neuen Rucksack gekauft Ich habe meine beste Kugel verloren Mein Englischlehrer ist sehr nett Danke fürs Mitmachen und bis ein anderes Mal Tschüss zusammen Die Deutschlektion von heute ist gestrichen worden Die Deutschlektion von heute ist gestrichen worden Die Deutschlektion von heute ist gestrichen worden